1. Oh, es wuckelt in der Tiefläne. Ja, das war auch verbrechst, komischerweise. Oh, cool! So, ein bisschen mehr da hinten. Abfall. Steigen Sie doch Abfall. Mal gucken. Stehnt höher. Du hast gemerkt, er hat nicht sofort in die Mitte gepasst, als du gedrückt hast. Das ist ein bisschen, ich weiß nicht, nicht so direkt. Aber es sieht cool aus. So, wir sehen uns das dann! Untertitelung des ZDF, 2020 Sehr gut Die Polen kannst du bestimmt auch wieder umschießen Das war cool, schlimm Die Polen kannst du noch ein bisschen herbergreifen 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 Die Polen kannst du noch ein bisschen herbergreifen